Im Namen des französischen Volkes erklärt das Kriegsgericht der Militärregierung von Paris den hier genannten Dreifuss Alfred des Hochverrats für schuldig. Mit der Bestrafung von Dreifuss zeigen wir der Welt, wie es bei uns Verrätern ergeht. Ab jetzt arbeiten Sie für den militärischen Geheimdienst. Mon Kolonel? Wenn wir herausfinden, dass Dreifuss nicht der Verräter ist, sollten wir im Interesse der Amira schandeln. Großer Gott, mon Kolonel. Wir werden Ihre Befehle befolgen. Ich will auf keinen Fall eine weitere Dreifuss-Affäre. Es ist keine weitere Dreifuss-Affäre, Mon General. Es ist dieselbe. Wo ist die Geheimakte über Dreifuss? Und jetzt ankümmere ich mich persönlich darum. Man fängt meine Post ab. Ich werde ständig beschattet. Kannst du es auch beweisen? Ich möchte keinen Skandal. Es ist bereits ein Skandal. Du solltest Paris für einige Zeit verlassen. Und du? Ich habe die Ehre, Ihnen Monsieur Emile Sola vorzustellen. Jemand muss die ganze Geschichte offenlegen. Als Offizier darf ich darüber nichts schreiben. Sie nicht. Aber ich schon. Die neue Ausgabe der Oran. Ich klage General Mercier an, sich an der größten Ungerechtigkeit des Jahrhunderts mitschuldig gemacht zu haben. Ich klage General Bilo an, eindeutige Beweise für Dreifuss-Unschuld unterdrückt zu haben. Ich klage die Schreibsachverständigen an, betrügerische Gutachten erstellt zu haben. Wenn es mit einer Gesellschaft so weit gekommen ist, wird sie am Ende zerfallen.